Der ARD-Film Aufbruch ins Ungewisse, über den wir gestern hier im Kompressor gesprochen haben, war während und nach der Ausstrahlung am Abend Anlass für eine Flut von Hasskommentaren im Internet. Hasskommentaren im Internet. Wenn das nicht an Präzision gleicht, dann weiß ich auch nicht. Das ist so, als würde ich sagen, Grünzeug im Wald. Und um das Beispiel noch absurder zu gestalten, ist es für jene, die diesen Begriff ernsthaft benutzen, nicht möglich, ihn auch nur irgendwie richtig zu deuten. Also, das Grünzeug, wenn wir dabei bleiben, wird nicht richtig oder zu teilen erfasst. Es ist ein Wort wie Rassist oder Ausländerfeind, welches ganz leicht in eine Argumentation einzubauen ist, um Menschen gleich zu stigmatisieren. Denn keiner möchte eine dieser genannten Worthülsen-Gebranntmarkt bekommen. Es geht ja in dem Film um ein Europa, das von rechtsextremen Diktaturen beherrscht wird und vor denen dann viele Menschen übers Meer nach Afrika fliehen, eben die umgekehrte Situation. Die umgekehrte Situation. Also nehmen wir sie beim Wort und drehen es um. Die ganzen armen, gut ausgestatteten Flüchtenden überwinden die Grenzen ihrer Länder, in welchen rechtsextreme Diktaturen die leitenden Rollen spielen. In unserem Beispiel wäre das Afrika, welches unter dieser Regierung leidet. Und daraufhin fliehen sie eben über das Meer nach Europa. Und mit den Worten umgekehrte Situation versteht ein Sprachenrassist, wie meiner einer, dass die Sachverhalte auch genau so sind. Da muss ich den Machern dieses Beitrags widersprechen, dem ist nicht so. Und das sei hier an drei Punkten dargestellt. Erstens, will man damit sagen, dass in Afrika wirklich rechtsextreme Diktaturen herrschen? Weil dann müssten wir uns von Afrika distanzieren, da wir ja keine bösen Nationalsozialisten sein wollen. Unsere Geschichte wurde, wie man ja weiß, noch nicht genug aufgearbeitet, weswegen als Exempel in Ludwigsburg, welches ich erst vor kurzem besucht habe, die zentrale Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen, Zweitens, Europa und Afrika ist sehr ungenau. Ich bezweifle, dass die deutschen Flüchtenden gerne im Norden Afrikas bleiben würden oder in Somalia. Ebenso möchte keiner nach Polen oder Serbien flüchten. Meine Wenigkeit kann lediglich spekulieren, wie das Resultat wirklich aussehen würde, gesetzt dem Fall, es passiert auch so. Drittens, wenn Leute aus Afrika hierher fliehen, haben sie nicht die Angst, von den brutalen Europäern getötet zu werden. Vielmehr ergeht es manchen sogar so, dass ältere österreichische Damen diese Herren zu sich nehmen, um mit ihnen die schönste Nebensache der Welt zu betreiben. Zitat, dafür gibt es Geld fürs Fitnesscenter, gratis Unterkunft, Kleidung, Handykostenersatz und allerlei andere Zuwendungen wie Urlaube. Zitat Ende. So in Heute.at vom 28. Juli 2017 nachlesbar. Ob man solch Verhalten als Tatbestand einer Misshandlung sieht, kann und will ich hier nicht beurteilen. Im Hamburger Abendblatt vom 3.12.2015 wird unter dem Titel, wo sie Geschenke für Flüchtlingskinder abgeben können, aufgerufen, Pakete den Flüchtlingen zu schenken. Genauere Orte werden im Artikel erläutert. In der TVO kann man lesen, Flüchtlingsaktion auf Hof. Plüschtiere sollen Hoffnung und Trost spenden. Herausgebracht am 3.9.2015. Hier wird uns geraten, dass übrige Stoff und Plüschtiere an einen Stefan Viol abgegeben werden können. Sie sollen Flüchtlingen, Zitat, neuen Mut, Hoffnung und Trost spenden. Zitat Ende. Die Seite mittelbayerische.de veröffentlichte unter der Überschrift Geschenke für junge Flüchtlinge, verfasst von Ralf Strausser vom 22.12.2016, wie Wenzhenbacher Flüchtlingen Geschenke zukommen lassen. Ich zitiere erneut. Viele festlich gepackte Pakete hatte sie, Karin Rangwig, Anmerkung des Sprachenrassisten, mitgebracht für die Kinder der Flüchtlinge aus Syrien oder der Ukraine. Gekauft und verpackt haben die Geschenke Wenzhenbacher, die mit großem Herz ausgestattet beim Wunschbaum am Adventsmarkt eine Karte vom Baum gepflückt und den Wunsch erfüllt haben. Ich spüre, dass meine Tränendrüse das nicht mehr allzu lange standhält. Die Caritas Steiermark, mal wieder ein Beispiel aus Österreich, bedankt sich, dass DM-Mitarbeiterinnen Geschenke aus der DM-Filiale Graz-Landplatz Flüchtlingsfamilien in Kumberg geschenkt haben. Nachzulesen unter dem Titel Danke. DM-Mitarbeiterinnen übergeben Geschenke an Flüchtlingsfamilien. Hier möchte ich noch eine Umfrage zitieren, die in dem ersten Artikel, den ich erwähnt habe, zu finden ist. Zitat Hat die EU in der Asylkrise versagt? 3% sagen Nein, ich finde es ist insgesamt gut verlaufen. 2% sagen Ich bin nicht sicher, es hätte viel schlimmer kommen können. Und 95% sagen Ja, hier wurde viel zu spät und nicht genug gehandelt. Insgesamt haben 18.116 Leute daran teilgenommen. Möchte ich hier nur nochmal angemerkt haben. Warum hat der Sprachenrassist dies eigentlich hier eingebracht? Nun, dies lässt sich folgendermaßen erklären, wenn man sich nämlich der Situation von Weißen in Afrika bewusst ist. Der Autor Bartholomeus Grill verfasste mal einen ausführlichen Artikel darüber in der Zeit vom 9. Februar 2012. Zitat Wir ziehen in die letzte Schlacht. Woche für Woche werden weiße Farmer in Südafrika von Schwarzen brutal überfallen. Ein Hügel voller Grabkreuze erinnert an die Bauern, die seit dem Ende der Apartheid getötet wurden. Was ist der Grund für die massenhaften Morde? Peter Vermoten, über den liest man näheres am Artikel, Anmerkung des Sprachenrassisten, ist eines von mehr als 3000 Opfern, die seit 1991 auf den Bauernhöfen Südafrikas ermordet wurden, seit dem Beginn der demokratischen Reformen, die das Ende der Apartheid besiegelten. Unter den Toten sind schwarze Farmarbeiter, Hausangestellte und Familienangehörige, vor allem aber weiße Farmer, insgesamt sollen es nahezu 1900 sein. Die Statistik ist allerdings umstritten, sie stammt von Agri S.A., dem Interessenverband der kommerziellen Landwirte. Das Polizeiministerium setzt die Zahl niedriger an, verweigert aber trotz mehrfacher Anfragen genaue Auskünfte. Fest steht, dass es in den vergangenen 20 Jahren zu weit über 12.000 Überfällen auf Gehöfte kam, und dass kaum eine Woche vergeht, in der nicht irgendwo im Hinterland ein Bauer umgebracht wird. Webseiten dokumentieren jeden Mord und jede Attacke. Von Völkermord ist die Rede, von der gezielten Ausrottung der Farmer mit europäischen Vorfahren, insbesondere der Buren, die von holländischen, deutschen oder französisch-hugenottischen Einwanderern abstammen. Als Beleg für diese ungeheuerliche Behauptung wird oft das Verbrechen auf dem Hof Stolberg angeführt, einer Viehzucht gleich hinter dem Anwesen der Vermotens. Es war im Mai 2008. Die Killer drangen ins Haus ein und erschossen den 64-jährigen Jaques Moll. Dann knöpften sie sich seinen Sohn Xavier vor, der gerade unter der Dusche stand. Sie zielten auf seinen Kopf und sangen dabei Ein altes Kampflied der schwarzen Befreiungsbewegung, dessen Absingen höchst richterlich verboten wurde, weil er den Rassenhass schürt und zum Mord auffordert. Wir sterben aus, sagt eine Bäuerin. In Südafrika werde es genauso kommen wie in Rhodesien, glaubt der Viehzüchter. Er gebraucht den früheren Koloniallamen für das Nachbarland Zimbabwe, wo der Diktator Robert Mugabe die weißen Landbesitzer enteignen und vertreiben ließ. Zimbabwe war einmal der Brotkorb Afrikas. Jetzt hungern viele Menschen. Von 4.500 Farmern sind jetzt nicht einmal 400 übrig geblieben und es werden immer weniger. Hari Harmsen nennt ihn einen schwarzen Teufel, diesen Julius Malema, der die Mörder anstachele. Wenn der radikale Jungpolitiker das verbotene Dubula-Lied auf Versammlungen anstimmt, grölen tausende seiner aufgepeitschten Anhänger begeistert mit. Ein weiterer Song aus der Zeit des bewaffneten Widerstands wird auf Afrikaans gesungen, in der Sprache der Buren. Mach dort die Wittmann. Mach den weißen Mann tot. Beliebt ist auch die Parole Einsiedler eine Kugel. Die Botschaft ist unmissverständlich. Alle europäischen Kolonialisten sollen getötet oder ins Meer getrieben werden. Malema, der berüchtigte Demagoge, verdammt die weißen Farmer als gewissenlose Landräuber. Er will sie enteignen ohne Entschädigung. Weil dieser Brandredner zu den mächtigsten Nachwuchskräften der Regierungspartei African National Congress, ANC, zählt, glauben viele Buren an eine von höchsten Kreisen organisierte Vertreibung. Eine abstruse Verschwörungstheorie, denn die Haltung der Regierung ist weit entfernt von der des jungen Populisten. Julius Malema, selbst allerdings kann man einem derartigen Masterplan zutrauen. Er weckt die Urangst der Weißen in Afrika, die Angst vor der Rache der Schwarzen. Südafrika, die selbsternannte Regenbogen-Nation, 18 Jahre nach dem Ende der Rassendiktatur. Schwarze und weiße Bürger leben wie eh und je in getrennten Welten. Sie wissen wenig voneinander, die Spannungen nehmen zu. Zitat, Die Erhaltung unserer Demokratie hängt von der Lösung der Landfrage ab. Zitat Ende, mahnt der Staatsrechtler Shadrak Guto. Zitat, Wir können nur hoffen, dass wir aus der Massenvertreibung in Zimbabwe lernen. Zitat Ende. Mark Georgen schrieb im Stern vom 16.09.2017 über, Zitat, Weiße Farmer im Feindesland. Seit dem Ende der Apartheid sind tausende weiße Farmer in Südafrika ermordet worden. Sie wurden Opfer banaler Kriminalitäten, aber auch Opfer politisch geschürten Hasses. Zitat Ende. Wieder eine Kostprobe aus dem Artikel. Zitat, Sue Hovart ist eine von mehr als 2000 Weißen, die seit Ende des Apartheid-Regimes auf den Höfen und abgelegenen Großgütern Südafrikas ermordet wurden. Farmmorde nennen Bauernverbände das brutale Phänomen. Manche sprechen schon von einem Genozid an den meist burisch-stämmigen Farmern. Ich könnte noch weitere Artikel zitieren, aber man merkt, worauf ich hinaus will. Ich will dieses Video auch nicht länger halten, als es sein muss. Kurzfassend kann man dazu sagen, die Realität wird eiskalt geschändet, damit sie der Ideologie angepasst werden kann. Und das passt offensichtlich einigen nicht. Das passt offensichtlich einigen nicht. Werter Zuschauer, können Sie nach dieser Fülle an Tatsachen noch sagen, dass es ernsthaft die umgekehrte Situation ist? Und vielleicht erkennen, warum das einige Leute empört? Patrick Gensing, der für den ARD-Blog Faktenfinder schreibt, berichtet von einem organisierten Angriff einer Trollfabrik mit Memes und rassistischer Hetze. Memes und rassistischer Hetze. Das beides in einem Satz zu formulieren, grenzt an purer Idiotie. Gerade da wieder der Begriff rassistischer genutzt wird und zugleich Hetze, welche nur von den Rechten ausgehen kann und tut. So zumindest will uns das der Blätterwald an Zeitschriften und die Fülle von Sendungen in den Mattscheiben an den Tag legen. Nebenbei ist Patrick Gensing, ein Freund von der Zeitschrift Jungle World und hat Artikel über die Reconquista Germanica-Gemeinschaft verfasst, in denen er sie besudelt und zu diskreditieren versucht. Wir erkennen, es handelt sich bei Gensing um einen aufgeschlossenen Geist, dem die Wahrheitssuche am Herzen liegt und welcher frei von Ideologie lebt. Unter anderem mit dem Hashtag Aufbruch ins Ungewisse. Herr Gensing, was ist das für eine Trollfabrik? Wer steckt dahinter? Ja, Trollfabrik, das klingt natürlich erstmal ein bisschen unheimlich. Hier gebe ich Herr Gensing recht. Für wahr, es klingt unheimlich. Unheimlich. Lächerlich. Es handelt sich dabei um Rechtsradikale, die sich im Internet zusammenschließen, die sich zusammengefunden haben, auch über andere politische Zusammenhänge. Und die schließen sich zusammen in einer Gruppe auf einem Chat-Server, der nennt sich Discord, und nennen sich dort Reconquista Germanica. Nein, nicht Reconquista, Reconquista. Und auf diesem Server werden Aufgaben verteilt, es werden Ziele definiert, es werden Strategien entwickelt, es werden manipulierte Bilder vorbereitet. Diese manipulierten Bilder, welche er hier bespricht, sind Memes. Diesbezüglich muss ich mich keines Kommentars bemühen, oder? Und es gibt dort hierarchische Strukturen, das heißt, man benennt sich nach militärischen Rängen, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Ost beispielsweise und so weiter. Das klingt alles recht albern, hat aber einen ernsten Hintergrund, denn von dort werden tatsächlich dann gezielt Online-Attacken auf politische Gegner oder eben auf Medien organisiert. Natürlich, all dies komplett nicht berechtigt, wie man ja weiß. Und muss ich mir das so hinterzimmermäßig vorstellen, da ist so ein Klünge, oder über welche Zahlen reden wir hier? Das ist ein Schwachpunkt in der Strategie dieser organisierten Trolle, nämlich auf der einen Seite möchte man natürlich möglichst schlagkräftig sein. Was heißt möchte? Ich würde dieses Wort durch einen Sinn ersetzen, dann ist der Sachverhalt richtig wiedergegeben worden. Und um möglichst schlagkräftig zu sein, legt man sich viele Fake-Profile zu. Das heißt, jeder soll mindestens fünf bis zehn falsche Profile in den sozialen Netzwerken haben, mit denen man dann interagiert, mit denen man Zustimmung und Relevanz simulieren möchte. Aber man braucht nicht desto trotz natürlich eine bestimmte Zahl von Mitgliedern, die da mitmachen. Denn wenn da jetzt nur fünf bis zehn Leute jeweils fünf bis zehn Profile haben, dann kann ich wenig ausrichten. Das heißt aber auch, ich muss eine halboffene Struktur haben. Ich habe auf der einen Seite erfahrene Nutzer, die schon länger dabei sind, die höhere Ränge einnehmen. Und ich habe Leute, die immer wieder neu dazukommen. Und diese Leute versucht man dann intern zu überprüfen, ob das tatsächlich zuverlässige Gleichgesinnte sind, Gesinnungsgenossen. Oder ob es vielleicht Leute sind, die diese Strukturen beobachten wollen. Also wie in jeder Gruppe, die es zum Erfolg schaffen will. Genau. Und zu denen gehören Sie ja offensichtlich auch. Sie müssen ja Ihre Informationen jetzt irgendwo herbekommen haben. Also wie ist das abgelaufen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um an solche internen Informationen zu kommen. Das eine ist, dass man eben sich selbst Fake-Profile zulegt, wobei diesen Möglichkeiten Grenzen gesetzt sind. Und es gibt aber gleichzeitig beispielsweise ein Leak, ein sogenanntes Leak. Das heißt, Leute sind Mitglied in diesen Strukturen und berichten dann nach außen, was da drin passiert. Das sind eben Quellen, die Informationen, interne Informationen zuliefern aus verschiedenen Motiven. Und so kann man da eben dann auch verfolgen, was da passiert. Dies klingt für mich nach einer Rechtfertigung der Verfolgung politisch andersdenkender. Meine Wenigkeit hat sich nie in irgendeine politische Position begeben, um diese auszuspitzeln. Das mag vielleicht in der DDR so gewesen sein, wie mir eine Frau, die aus der DDR geflohen ist, bei einer Zugfahrt erzählte. Dort seien laut ihrer Angabe 50 Prozent der Leute Spitzel gewesen. Über die Richtigkeit der Zahlen mag ich nun nicht beurteilen. Unumstritten ist, das ist kein demokratisches Verhalten, was sich solche Leute dann auf die Fahne schreiben. Es ähnelt vielmehr der repressiven Toleranz. Es scheint ja recht straff organisiert zu sein und Sie haben ja offensichtlich einen guten Einblick in die Strukturen bekommen. Was kann man nun dagegen tun? Also sind die quasi im Aufbau weiterhin begriffen, gewinnen die weiteren Mitglieder und wie kann man dagegen vorgehen? Also man darf jetzt so eine einzelne Trollfabrik nicht überschätzen, deren Einfluss. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie systematisch und mit welchen Strategien und vor allen Dingen auch wie rücksichtslos diese Leute vorgehen. Das findet auch massenhaft auf der anderen Seite statt. Man sieht sich einfach nur die Reden im Bundestag an oder Aktionen, die von Vaterstaat gebilligt bzw. sogar finanziert werden. Um in den sozialen Netzwerken Stimmung zu verstärken oder um Themen zu setzen oder um politische Gegner anzugreifen. Das findet massenhaft statt. Das haben wir im Bundestagswahlkampf erlebt. Das kann jeder oder vor allen Dingen auch jede berichten, die sich in den sozialen Netzwerken im politischen Bereich bewegt, dass eine extrem aggressive Stimmung und Atmosphäre herrscht. Und das ist eben auch ein Ziel dieser Trolle, dass man sozusagen die Hoheit, die Hegemonie in diesem öffentlichen Raum, soziale Netzwerke erreicht, dass man diesen Raum dominiert. Mit Absicht werde ich jetzt keine Schmähungen und Beleidigungen auch mit dem Hashtag Aufbruch ins Ungewisse hier irgendwie wiederholen. Aber Sie haben ja selber Memes retweetet und auch kommentiert. Ist das eben Teil Ihrer Gegenstrategie? Ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, was da passiert, wenn ich jetzt angegriffen werde, wenn ich beleidigt werde auf wirklich der untersten Ebene, dass ich das nicht persönlich nehme, sondern dass ich verstehe und erkenne, dies ist Teil einer Strategie. Diese Strategie wird beschrieben in Handbüchern für Medien-Guerillas. Dort steht sehr genau, dass man eben nicht die Absicht hat, irgendwelche Diskussionen zu führen, sondern man hat die Absicht, andere Leute herabzusetzen. Man hat die Absicht, Diskussionen zu stören oder zu zerstören. Und gestern bei dem Beispiel war es eigentlich so, dadurch, dass man es vorher benennen konnte, was passiert und dass man sagen konnte, schaut mal hier, das ist jetzt eins von diesen manipulierten Bildern, die aufgetaucht sind, konnten die anderen Nutzer das sehr viel besser einschätzen und hatten auch eine gewisse Sicherheit, damit umzugehen. Also die Systemmedien müssen wieder dem dummen Deutschen erklären, was die Realität ist und was die Fiktion. So kann einem das eigene Denken auch abgenommen werden. Wir können ihnen einfach nicht dankbar genug sein. Die Trollattacke und wie man reagieren kann. Patrick Gensing, Redakteur beim Tagesschau-Blog. Faktenfinder war das. Was bleibt noch zu sagen? Unsere beiden Herren leben in Wolkenkuckucksheim und fühlen sich hier wie die Verteidiger von Recht, Freiheit und Souveränität. Doch dies wird sicherlich in nicht allzu weiter Ferne sein verdientes Ende finden.